Und ich sage hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part of the Secret World. Ja, ich habe ja... oh, da ist das Vieh schon wieder. Ich habe ja gesagt, ich mache mich mal schlau hier mit dem ollen... Wir porten da mal nochmal hoch. Mit dem ollen dritten Artefakt, weil ich das ja nicht gesehen habe und weil ich gucken wollte, ob man hier irgendwie irgendwelche merkwürdigen Sachen aktivieren muss. Aber ich konnte mich da auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, an diese ganzen Sachen. Das muss zu einer anderen Quest gehören. Wir sollen ja das Artefakt hier finden und das muss tatsächlich... Ich habe es mir jetzt auf der Map markiert. Das muss hier tatsächlich einfach irgendwo rumfliegen. Also hier eigentlich so ungefähr genau hier. Ich sehe es aber nicht. Aber ähm... Ähm, 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 warte mal. Ich bin in eine Gruppe eingeladen worden. Das ist ja sehr nett. Ich frag da mal. Ich mache Liebesgrüße aus Oxford und suche nur das Artefakt. Oh, bala. Ja, den kriegen wir nicht kaputt. Also das, ähm, können wir wahrscheinlich ganz gepflegt vergessen hier. Den, ähm, werden wir nicht kaputt kriegen. Ah. Na gut, aber, ähm, machen wir den, ähm, trotzdem mal hier. Ja, helfen wir dem jungen Mann hier jetzt mal, ne? Vielleicht, ähm, hilft das ja. Ich weiß ja nicht, was er hier machen... machen soll. Und so... Ich hab, ähm, wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Er macht auf alle Fälle wesentlich mehr Damage wie ich. Nein, ich hab Akko. Ah, der ist tot nämlich schon. Siehste, das ist, ähm... Ja, sag ich ja. Das ist auch nicht das, was wir hier machen sollen eigentlich. Also nicht das, was ich hier machen soll. Lieber Genosse, mach den bloß kaputt hier, wenn du den für die Quest brauchst. Was auch immer du tust. Weil ich überlebe das nicht lang, ne? So ohne Heilung. Ja, aber er auch nicht mehr, ne? Der hat's schon hinter sich gebracht. Oh Gott, das Monster oder ich, das Monster oder ich. Ich werde ihn besiegen. Ich werde ihn bezwingen. Stirb, 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 stirb. Ah, doch, guck mal. Artefakt der Unnachgiebigen. Tatsächlich. Ist ja verrückt. Das ist das Vieh gewesen. Okay. Mein Gott! Ja, na gut, dass wir das zu zweit gemacht haben. Ah, der Mob hatte das. Das ist ja gemein. Okay. Okay. Okay, wunderschön. Die offene Fläche finden und ein Rauchsignal geben. Okay, machen wir das. Das ist aber sehr nett. Das ist sehr nett. Alleine hätte ich den nicht kaputt gekriegt. Das ist schön. Da freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank, lieber Cleo. Das ist sehr nett gewesen. Geht's hier rüber auch vielleicht? Oba la. Oba la. Oba la. Nicht, wenn man hier so eine Springkünste hat wie ich. So. Wo soll ich die jetzt reintun? Hier die Artefakte. Was soll ich jetzt damit machen? Oh, da läuft irgendwie so ein Mob rum. Guck mal. Okay. Zack. Ja, direkt am Rettpunkt ist doch gut. Ah, hier. Rauchsignal platzieren. Ja, mach ich. Juhu. Verteidigen, bis der Helikopter eintrifft. Ach du meine Güte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Atonisten. Okay. Ja gut. Dann Atonisten wir mal. Ach Gott. Der hilft mir noch. Guck mal. Das ist aber nett. Das ist ja schön. Na, das freut mich doch. Siehste. Und warte, der wäre ganz schön knackig geworden. Also hätte ich den alleine kaputt machen müssen. Dann gute Nacht, Marie. Dann hätten wir die nächste Quest abbrechen können. Dann wäre ich nochmal zurück nach Blue Mountain gegangen. Vor lauter Frust. So. Kommt der hier. Okay. So. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ist das übrigens der Rare Mob. Hier läuft nämlich einer rum. Ja. Das ist ein Rare Mob. Tatsächlich da hinten. Ich wollte gerade sagen. Hier läuft nämlich einer rum. Das ist der Verlorene. Also den können wir dann auch vielleicht mal noch kaputt machen. Bei Gelegenheit. Ach da kommen sie hier. Jawohl. Die Artefakte übergeben. Ja. Ich übergebe mich auch gleich. Oh, da. Schönen guten Tag. Soll ich hier Artefakte übergeben? Na näher kann ich nicht ran. Jetzt aber hier. Da. Bitteschön. Juhu. Geschafft. Geschafft. Tada. Sehr cool. So. Und da vorne war Ram Up. Ram Up Time. Den probieren wir doch mal mit noch mit. Bevor wir den Bericht senden. So. Hier. Guck mal. Du. Verlorener. Den möchte ich dann schon gerne noch mitnehmen hier. Wenn es irgendwie geht. Damit wir wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis haben. Ne. Wenn wir hier schon den großen hier nicht kaputt gekriegt haben. Also das war. Der ist schon knackig gewesen. Ich konnte mich überhaupt nicht dran erinnern. Dass man den kaputt machen musste. Diesen großen Golem. Das hat sich irgendwie verdrängt. Keine Ahnung. Komm mal ein Stück hier rum. Da läuft noch irgendwie was anderes. Da läuft noch ein anderer Mob durch die Gegend. Komm her du. Verlorener. Nein. 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 Habe ich gesagt. Okay. 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 Oh Gott. Der 10k. Also hier sind die Ram Ups jetzt dann auch schon ein bisschen knackiger unterwegs. Auf jeden Fall in dem Gebiet. Aber wie gesagt. Wenn da einer rumsteht. Probieren muss man es nicht. Ich meine. Bei Billys Muse glaube ich war das. Da habe ich auch zwei Anläufe gebraucht. Bis ich den dann letzten Endes endlich auch hatte. Aber macht nichts. Finde ich nicht schlimm. Ich mag das ja sowieso lieber. Also ich habe ja lieber sowieso ein Spiel immer ein bisschen schwerer um dann zu gucken. Obwohl wie gesagt mich das hier jetzt wundert. Ja dass die Quest die wir davor gemacht haben nicht ging. So das war der Verlorene. Pa. 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 Und mit diesem Verlorenen. Und dem Bericht den wir noch senden werden. Das machen wir. Das stellen wir uns jetzt hier noch hin. Und senden noch unseren Bericht. Geschwind. Weihnachten ist dieses Jahr sehr früh und ich liebe Geschenke. Sie haben diese Artefakte nicht nur den Kultisten abgenommen, hübsch verpackt und an mich geschickt, sondern dadurch auch verhindert, dass sie nach Oxford und damit indirekt in die Hände der Templer gelangen. Win-win. Und win. Ihr Kurs ist gerade deutlich gestiegen. Glückwunsch. Jetzt wissen wir, wer daran schuld ist, dass so viel von dem Zeug auf dem Schwarzmarkt auftaucht. Kultisten in Zusammenarbeit mit den Phöniziern. Möglicherweise auch mit dem Reich. Ein völlig unübersichtlicher Haufen und dazu noch dieser Berion. Für einen Phönizier ist der zu aalglatt und für das Reich viel zu jung. Aber die Einordnung ins große Ganze dürfen sie ruhig weiterhin mir überlassen, Champ. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao, Kirsten. Okay, da haben wir jetzt hier die Klauen der Nacht, okay. Also wir kriegen jetzt hier auch schon Kurs 8 Zeug. Also wir sind hier jetzt wirklich schon, ja, ich würde mal sagen, knackig unterwegs. Würde ich mal behaupten. Okay, ich würde aber sagen, also ich mache mich jetzt mal hier auf den Weg zu unserem nächsten Questgeber. Ich weiß noch gar nicht so genau. Achso, wir können hier ja nochmal genau hier in das Reich zurück. Wir machen hier im Lager das nächste Mal weiter. Machen hier die Nebenquests. Die haben wir nämlich letztes Mal ja nicht gemacht. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder in The Secret World und in der Oxford-Ausgrabungsstätte und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.